Guten Morgen! Ich stehe hier vor dem Paderborner Dom und wir verkaufen heute ab 10 Uhr Stutenkerle und Kaffee für einen guten Zweck. Der gesamte Erlös kommt dem Gasthaus in Paderborn zugute für Bedürftige und Obdachlose. Wir freuen uns auf dich. Sei wie St. Martin, komm vorbei und tue Gutes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017